Hallo ihr Dürchen Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode hier zu DrangQuest 11 und in der letzten Episode, boah, alter Schwede, in der letzten Episode ging es wirklich extrem heiß her, normalerweise mache ich das ja immer so, dass ich am Anfang einer neuen Episode immer euch erzähle, was wir in der letzten Episode gemacht haben und so, das ist mir jetzt hier schon fast unmöglich, ich kann euch nicht alles zusammenfassen, was in der letzten Episode passiert ist, das war also Plottwists ohne Ende, hin und her, alles voll damit, Story-technisch ist so viel passiert, wir haben so viele Charaktere gesehen im letzten Video, wir sind zum Yggdrasilbaum gefahren und dann auf einmal ist alles eskaliert, es ist wirklich alles hart auf hart gekommen, ich denke mal, dass das Wesentliche, was ich euch erzählen kann, ist auf jeden Fall, wir sind beim Yggdrasilbaum angekommen, wir haben es nicht geschafft, das Schwert des Lichts an uns zu reißen, die Macht des Yggdrasils sozusagen an uns zu reißen, nein, es war anscheinend der, ich nenne es mal Spross der Finsternis, das war sozusagen der, der Übeltäter allen Finsternis mehr oder weniger, ist dort hingekommen, Hagrimor auch sein Name, der sich dann das Schwert des Lichts irgendwie anverleibt hat und so, wobei, ne, doch, er war das, doch klar, natürlich, Yggdras war das nicht, der war nur irgendwie mit dabei und dann hat er halt eben irgendwie anscheinend ja doch das ganze Leben in sich gesaugt, beziehungsweise dann auch irgendwie die gesamte Welt, ich bin selbst noch sehr baff, ich bin selber noch ein bisschen durch den Wind, wenn ich darüber nachdenke, was so passiert ist und so und ja, ich musste die letzte Episode einfach so abrupt hier enden, weil ich erstmal darauf klarkommen musste, was da passiert ist, ich hoffe, wir haben uns auch alle beruhigt, ich hab's auch, nur wenn ich jetzt darüber nachdenke, was nochmal passiert ist und so weiter, da, da wuselt's wieder in meinem Kopf, ich würde sagen, meine Erlebnisse im Abenteuertagebuch verzeichnen, ja, denn wenn ich diese Erlebnisse im Abenteuertagebuch verzeichne, dann kann ich mein Tagebuch verkaufen für unmenschliches Geld, also, ja, bitte, Abenteuertagebücher werden geprüft, bitte einmal speichern, das wäre sehr wichtig, ich weiß nicht, was jetzt noch passiert, wie ich euch das schon gesagt hatte, eigentlich ist es so, dass er jetzt das gesamte Leben und die gesamte Welt einverleibt hat eigentlich und ich weiß jetzt nicht, wie es noch weitergehen soll, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, der Yggdrasilbaum ist sogar abgestürzt, soweit ist es gekommen, wo sind wir denn jetzt, vor allem auch wieder zurück in unsere Rüstung, die war ja auf einmal nicht mehr da, wahrscheinlich wegen der Cutscene, äh, bitte was? Was ist denn jetzt los? Wir reden? Sandra? Lange nichts mehr von Jüngern aus. Sie hat mich nicht mehr verletzt. All das ich gemacht habe, war, die Augenhöhe an Sandy. Was? Ui, don't laugh. Look at this great big lunch, she's given me. I see it. And I saw the one on her head too. You gave her that, didn't you? Aber wenn sie zuerst schlägt, dann schlage ich halt zurück. Yeah. Na hey, sie hat mich aber zuerst geschlagen. Now you listen to me, my lad. There'll be plenty of times in your life, when people upset you and you feel like lashing out. But no matter how much it hurts, and no matter how much you want to hurt them back, you don't go looking for revenge. You do what's right. Eine so wahre Moral. I want to be friends with Jebber again, mom. What should I do? Well, you talk to her, of course, you big silly. Ask her, what she was feeling and why she did what she did. Try to see things from her point of view. Once you've done that, the rest is easy. You just smile and hold out your hand. Das ist so süß. Das ist so süß. So eine tolle Moral. Klasse. Warum erleben wir das jetzt gerade? Good night, sleep tight, child of Yggdrasil. The sun, it is sleeping, and the night is still. The stars, they watch over you with twinkling eyes. Toward off the darkness, till dawn arrives. Das erleben wir jetzt gerade? Have you found him yet? Not yet, master. Our forces have scoured the four corners of the world. But the luminary is nowhere to be found. He is dead, then. Good. If that is the case. Then this world is mine. Da ist er aus der letzten Episode. Als er sich das Leben, beziehungsweise die Welt an sich gerissen hat. Wir sind wieder Nautiker? Mordigan has played his hand. The game is all but one. A shroud of deepest darkness has eclipsed the shining sun. And yet, amid the shadows, glimmer tiny specks of light. Faint, flickering flames that rage against the coming of the night. How can such sparks of hope remain, when darkness rules the land? Now the evil reigns supreme. Who has the strength to take a stand? Ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Die Königin weiß darüber auch so Bescheid. Suche nach Hoffnung. Was hat uns das denn jetzt zu bedeuten? Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Wo ich gerade gefangen bin, sozusagen gedanklich hier im Spiel. Ich verstehe das alles noch so gar nicht. Warte, ist das Heliodor? Das ist doch Heliodor. Rionaldo? Ich frage mich wirklich, wo er da ist. Ich bin tot, aber wie? Die Blätter von Yggdrasil runtergerissen wurden. Fred! Fred! Hey! Silv! Silv! Oh, danke Gott, du bist alles gut. Silv! Bleib mit mir, Silv! Komm schon. Hey, überleg mal, wo sind denn die anderen her? Dass er sich nicht fragt, wo die anderen sind. Oh, come on, Silv! Cheer up, will ya? I don't think I'll take much more as moping. That day, when Mordegon there was nothing I could do. He was just too powerful. I thought it was the end for me. For all of us. In jenem Tag sind jetzt schon viele Tage vergangen? This is worse than death. To wake up and find everybody gone. And the world consumed by darkness. Aber nicht jeder scheint vor zu sein, ne? I'm sorry, David. But I just... I can't do this. I know I should feel lucky to be alive. But without the others... I'm nothing. Nobody. Oh. Right. That's enough of that. Huh? What? 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 Have you lost your bleeding marbles? Since when were them mates of yours? The types to let some lord of shadows numpty get the better of a mate? Fried was er echt. What about you have put a bleeding faith in them like you used to? Or did you think saving the world was gonna be easy or something? Oh, Fried, ey. Oh, David, darling. You're right. Oh, man. Oh, man. Natürlich. Vor allem nicht als Lichtbringer. Oh, ich fühle mich für mich selbst. Instead of getting out there and trying to find them. What would Veronica and Eric say, if they saw me like this? Veronica would genauso reagieren wie Fred. Na, Fred. Was ist die Moral aus dieser Geschichte? Was ist die Moral aus dieser Geschichte? Bläst jemand Triebsal? Hausziehen halt ins Gesicht, ne? Das weiß das. Jawohl, ab nach Gondolia. Aye, aye, Captain. Mit Rionaldo, so wie es aussieht. Schreibe ich wirklich, wo alle anderen gelandet sind? Vor allem, wo ich gelandet bin. Das sah ja vorhin so aus, als wäre ich irgendwie in eine Art Wasserumgebung oder sowas untergegangen. Dann kriege ich doch einmal eine Vision aus der Kindheit, wo meine Mutter halt die Moral erzählt. Räche dich nicht an jemanden, sondern tu das Richtige und so. Oh, wir. Oh. Armes Gondolia, ich kann's gar nicht glauben, dass es mal der betriebsamste, geschäftigste Handelshafen auf der ganzen weiten Welt war, wenn ich mich hier umgucke. Ich meine, es sollte mich eigentlich nicht wundern, aber wenn so ein lebendiger Ort vor die Hunde geht, das zieht einfach allen runter. Aber zu jammern wird uns auch nicht weiterbringen. Komm schon, Rio, halten wir ein Schwätzchen mit den Einheimischen und hören wir uns an, was die zu der ganzen Misere sagen, wa? Jetzt steuern wir Rionaldo. Ah, ihr seid un Tourista, si? Ayme. Ihr hättet keinen schlechteren Zeitpunkt für eure Reise erwischen können. Seit Yggdrasil stürzt es über Alkaus. Händler wie unser einst trifft es besonders hart. Epo impossible. Es kommen kaum noch Schiffe hier an. Wir wissen weder ein noch aus. Einige Leute sind sogar schon zu Verbrechern geworden. Santo Cielo. Bald ist aus dieser Stadt. Bald ist es aus mit dieser Stadt. Finito. Per favore, seid vorsichtig. Die beinharten Burschen erkennen Reisende schon von weitem und sie werden nicht zögern, euch zu überfallen. Sensa Skrupoli. Gerade erst haben sie einem Mann den Rucksack gestohlen. Kaum hatte er einen Fuß in die Stadt gesetzt. Er ist zur Piazza gegangen. Il Pervero. Er wirkte so geknickt. Die Stadt ist wirklich so momentan kurz davor vom Untergang geweiht zu sein, was? Man ist heute ja gar nicht nirgends mehr sicher, no? Mostri Irobili. Schreckliche Monster auf dem Meer und die beinharten Burschen hier in der Stadt. Aber das Leben geht weiter. Willkommen im Rüstungsladen. Der hat 3000 Goldmünzen, nur der Rionaldo. Aber ich könnte mir was kaufen. Ich habe... Hä? Aber warum... Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Halt, stopp. Warte mal. Nein, ich möchte mal ganz kurz... Gegenstände. Drachenpeitsche und so weiter. Das hat er alles natürlich behalten und so. Er hat gar keine Gegenstände oder sowas. Der hat nur eine Karte von Erdrier. Warte mal. Und ich kann... Er hat 3000 Goldmünzen und ich kann mir hier Sachen kaufen. Hä? Was? Wo sind wir denn hier auf einmal gelandet? Also auch so... So... Auch... Also auch so spieltechnisch. Was ist denn das hier für eine... Für eine Welt, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt hier gerade gelandet bin. Was? Arriba! Warum auch immer der das sagt. Haben wir noch die pfiffige Schmiede? Reonaldo versucht, die pfiffige Schmiede zu benutzen. Aber um Menschheit, das nicht zu klappen. Okay. Hä? Das ist ja auch mal krass. Wir können ihn also immer... Also wir steuern ihn jetzt gerade und so. Ähm. What the fuck? Ah, euch kenne ich doch. Ihr seid ein Freund von dem Ragazzo mit den schönen Haaren. Sie? Der Luciano gerettet hat? Santo Cielo. Ihr seid ein Held, wenn ihr über das gefährliche Meer gekommen seid. Und einen Helden bräuchten wir gerade in Gondolia. Es kommen nämlich keine Schiffe mehr. Und I, Marie, Nye. Die Seeleute sind alle arbeitslos geworden. Denn jetzt trinken sie nur noch den ganzen Tag. Sogar mein Papa. Mi fa shifo. So ein Mist. Ich will, dass Gondolia wieder so wird wie früher. Ach, das ist nur ein Vater, der besoffen hingefallen ist. Ich dachte nämlich gerade, der wäre tot. Ja, nie wieder. Ich werde nie wieder trinken. Okay, ihr habt doch alle einen Knall, oder nicht? Ist hier noch das Mädchen? Oh, das Mädchen ist hier gar nicht. Das Mädchen, was ja in der Bäckerei da ja gearbeitet hat und so. Das Mädchen scheint sich hier gar nicht mehr zu befinden. Sprechen wir mal mit ihm hier. Hallo, hallo. Vor kurzem kam mir ein Mann vorbei, der am Boden zerstört. Wie geht wird? Er ging Versuilmare in Richtung Meer. Ich weiß nicht, warum er so niedergeschlagen war. Aber ich habe schon genug Probleme. Da kann ich mir nicht auch noch Gedanken um fremde Leute machen. La vita è dura. So ist es eben. Vor allem auch die, die, die allein schon so, die, die Stimmung, also auch so szenisch die Stimmung und so. Wie konnte sich das denn verändern, nachdem Yggdrasil gefallen ist, frage ich mich. Ich bin mir so sicher, Leute. Also das habe ich mir schon überlegt, als ich die letzte Episode beendet hatte und so. Der Yggdrasilbaum, den werden wir jetzt ja nicht mehr sehen, wenn wir uns hier und so weiter drehen. Ich wollte jetzt hier die ganze Zeit mal ausschauen, nach diesen Sternen, nach diesem ersten Lichtbringer, den es ja mal gab. Ob ich diesen Stern irgendwie sehen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden ihn treffen. Ich kann mir das so gut vorstellen, also wirklich, wenn dem wirklich so der Fall ist, dass wir ihn treffen und jeder Spiel schon mal gespielt hat und so. Und das jetzt wirklich so der Fall ist. Ich schwöre euch, ich habe mir keine Komplettlösung oder sowas durchgelesen. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir den ersten Lichtbringer treffen werden, dass er uns helfen wird, um hier wieder alles Recht und Ordnung mit reinzubringen. Seit Yggdrasils Sturz haben Angst und Beklemmung sich in der Stadt breitgemacht. Und jetzt muss sie sich auch noch mit Unruhe stiften und aus den eigenen Reihen herumschlagen, so wie es aussieht. Es war wohl nicht anders zu erwarten. Wenn man täglich kämpfen muss, um über die Runden zu kommen, vergeht es einem eben irgendwann nett zu anderen Leuten zu sein. Auch dir, weil du bist ja ein Priester und normalerweise machen Priester das ja nicht, ne? Priester denken ja immer an das Gute der Menschen, einfach aufgrund der Religion. Hier wird tadellos getrudelt. Ihr habt ihn auch gesehen, noch diesen Mann, der aufs Meer hinaus stand. Er macht einen todtraugigen Eindruck. Allora, ich singe ihm una canzone allegra, ein fröhliches Lied. Falala, gondolia, unsere Stadt ist viel besungen, schon mancher hat hier Ruhm errungen. Ich dachte, es geht noch weiter, aber dem scheint nicht so. Ich glaube, es geht um den Mann hier vorne. Hallo, hallo. Verzeiht mir, Mutter. Schade Tag? Hm? Nichts Worte, Hone. Es passiert uns allen. Ich glaube, ihm ist mehr passiert, als nur das, wa? Oh. Du bist einer dieser Minstrel-Typen, oder? Schau, wenn du Geld willst, Oh, das könnte ich auch Screenshoten auf Twitter wieder packen, ne? Das ist so süß. Auch wenn ich Reonaldo nicht mag, ich mag seine Ansichten zumindest. Der ist manchmal ein bisschen zu fröhlich, ein bisschen zu optimistisch, aber diese Ansichten teile ich alle. Zum Beispiel das, er ist viel zu fröhlich immer, aber... Tetsu! Wir kennen Tetsu aus den Geschichten. Aber natürlich. Wie viel geht das jetzt? Wie viel geht das? Meine Lüge wurde von einer Gange von Thiebern, die in der Stadt terrorieren. Die Beastly Boys, die sie sich nennen. Ich kann nicht die Reise nach Hotto ohne alle meine Dinge. Es ist besonders nicht die Lillies des Valleys, die ich für meine Mutter brachte. Sie sind ihre Lieblingsfrauen. Ich wollte sie geben, um sie zu sagen, um zu sagen, sorry für so lange zu sein. Komm, Fred, nimm ihn in den Arm. Oh... Ich glaube, da ist das Problem, oder? Oh... Oh... Die zwei Händler! Ich habe gehört, dass die Beastly Boys hängen, um Probleme an der alten Händler zu haben. Ja, erinnert sich noch an die beiden Brüderhändler. Okay, wir werden zurück, bevor du es weißt. David Darling, los geht's! Aber natürlich doch. Fred, komm mit. Wir haben jetzt ein paar Leute zu verprügeln. Fred? Fred? Schau, ich freue mich, dass du mir helfen kannst. Aber diese sind reale Thugs, die wir hier sprechen. Und... keine Offenbarkeit, aber du bist nur ein Unternehmer, oder? Ich will nicht, dass du dich verhörst. Oh, bleib mal ruhig dazu, bleib mal ruhig. Ja, hübsches Gesicht, darüber können wir nochmal diskutieren hier, ne? Darüber können wir nochmal sprechen, Freundchen. Die zwei Handelsbrüder da. Ja, aber natürlich erinnert ihr noch daran, als sie sich so gegenseitig den Preis für uns immer weiter nach unten getrieben haben und so. Und der ältere der Brüder, war der nicht... War der nicht unten? Ich glaube, der war unten da an der Seite. Erstmal mit dem Mädchen hier sprechen. Ach, kann ich gar... Ach, guck mal. Die hat nichts zu sagen. Doch, hier. Selbst in diesen finsteren Zeiten höre ich La Voce di Adriano. Da ist jemand verliebt. Immer noch. So wie damals halt eben auch schon. Da ist er noch ein Besoffener. Ey, kann ich dich auffangen? Ha! Gornoli! Gornoli heißt... Finito. Haha, ja, du bist auch bald finito, wenn du so weiter machst, ey. Ohne Mist jetzt... Hallo? Ah, das ist der Signor Satori. Ah! Na in den Träsensturz kam die Wirtschaft zum Erliegen, No se comersio Den Leuten geht das Essen aus Also planen wir den Gondolianern diese Lebensmittel zu spenden Aber Vorsicht ist geboten Die beinharten Burschen warten sicher schon auf eine Gelegenheit sie zu stellen Wir müssen achtsam sein Molto vigile 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 Ja Vigil Das ist ein Operator in Rainbow Six Siege Aber Oh Hey guck mal was ist denn hier los Leute äh Darling How can I help Hey wer hat euch gesagt dass ihr zusehen könnt Macht dass ihr verschwindet Was hast du eigentlich für ein Problem Sehst du nicht dass der Besitzer gerade beschäftigt ist Geh woanders einkaufen Hey steck deine Nase nicht in die anderer Leute Angelegenheiten Kapiert das war kein Deutsch Wir führen hier eine private Unterhaltung Ziel eine So was du bist eine richtige Charme bolzen was Herzchen Ihr macht den Namen beinharten Burschen alle Ehre Aber nun ist Schluss mit den starken Sprüchen Her mit Tetsus Rucksack bevor ich böse werde Ha guter Witz Aber du hast dich mit den falschen Leuten angelegt Du Clown Wenn du glaubst wir würden irgendwas zurückgeben Dann bist du noch dämmer als du aussiehst Wenn du was willst dann musst du es dir schon mit Gewalt holen So läuft sie heutzutage in der Welt Zeig uns was du drauf hast du Witzfigur Ja ich zeig euch liebend gerne was ich drauf habe Ja get em boys Heißt ja die beinharten Burschen da mit ihren Sperren und so wie süß Hast du was dagegen wenn ich mitmische Rio Ne absolut nicht Guck mal wie er da steht Guck mal wie Fred da steht In seiner Angriffsposition Man Fred was machst du denn da ehrlich jetzt Was für eine Position nimmst du da bitte ein Bitte benimm dich Okay Taktik Ich hoffe ich wollte gerade sagen Bei vielen Folgen ist hier tatsächlich schon Sehr gut Aber jetzt bin ich mal gespannt Weil Ronald hat ja eine Peitsche Was hat er nochmal alles Hypno Peitsche genau Der noch Sternschnalzer Mit einer Blendenhelden Peitsche Fessel Ich möchte alles mal ausprobieren Irgendwie habe ich so Bock drauf Der diese gelegentlich lähmt Wäre ganz cool Aufs Ohrhauer Genau das war das mit dem genau Schlaf Drachengeißel Gut das ist natürlich hier relativ unnötig Ein schallender Schlag Der ein Mitstreiter aus Schlafbefehl Ne das ist auch ein bisschen blöd Was hat er nochmal so für Zauber Boah wie viele Zauber hast du denn Wiederholungsheilen Ach ja stimmt Stellt pro Runde automatisch Mit so einen LP wieder Und diese Multimittelheilung hier Genau stellt pro Runde Genau das ist dann das weitere Genau Das ist ja das wo ich sagte so Hä warum erlernt Ronaldo bitte Multiheilung und so Aber das ist irgendwas ganz anderes Äh nö aber ganz ehrlich Ich möchte das mal ausprobieren Wie wäre es mit so Mit so Fesselriemen Hätte ich schon Bock drauf Aber auf den Anführer bitte Boah 77 Schaden Dropkick Boah Ist das gut 15 Schaden Oh da kratzen wir uns ja mal Ihm ganz kurz Zwei gehen auf den Sehnsüchtiges Seemannslied Auf geht's Auf geht's Auf sie mit Gebrüll Irgendwas Irgendwas hat er da gesungen Gerade davon Energiestups Steigert die Angriffshaft Ins einzelnen Gruppmitglieds Geringfügig Wollen wir das mal machen Ach ne das können wir nur auf mich selber machen Ich dachte ich könnte das jetzt auch Fred auch machen Was war das sonst Genau nur die Angriffskraft Weißt du was Das mach ich jetzt einfach mal Komm wir pushen uns mal ein bisschen In die Unendlichkeit Fred hat die Angriffskraft zu erholen hier Wirft ein Fischernetz Abwehrkraft sinkt Aber natürlich doch Aber dann lohnt es das ja gar nicht Wie gesagt groß hier Irgendwie Äh uns hoch zu boosten Oder sowas Dann mach ich einfach mal weiter Mit Fesselriemen Nummer 2 Der Beinharten Busch Beinharta Azubi Oh diese Diese Betitel Äh diese Betitelung Hier schon wieder Beinharta Azubi Fesselriemen Der lebt ja immer noch Komm Fred Sehr gut Schön gemacht Ist das genial Und dann machen wir gegen ihn mal Das aufs Ohr Aufs Ohr hauer Komm Du musst nicht solche Geräusche Dabei machen hier Und halt Irgendwann schläft er Das hast du gut gemacht Und tot Die Beinharten Burschen Also wie süß Kimmerfondspunkte 560 Sehr schön Richtige Burschen Beinhart Beinhart Azubi Rinaldo holt sich Tetsus Rucksack Sehr schön Also ich habe eine Ich habe eine Peitsche Vielleicht Aber Vielleicht werden sie ja Angeführt von jemandem Und dann kam alles an das Genau Und dann kam alles an das Genau Ja frag mal Fred ey Der ist extra zu mir hergefahren mit dem Schiff. Aber wie können die denn die Familie verloren haben und trotzdem selber noch am Leben? Das stimmt. Das ist meistens immer der Ausweichweg der Menschen, die halt genauso denken, wie sie. Muss man sagen, zwar nach Schammer. Was macht Ronaldo denn jetzt? Ach, jetzt ist er wieder komplett in seiner Phase. Jetzt ist er schon wieder komplett in seiner Unterhaltung. Jetzt hat er aus dem Speer... Ey! Er hat jetzt aus dem Speeren Brot gemacht. Junge, du kannst Welthunger stillen, Rionaldo, weißt du das? Aber was, wenn das Brot aufgegessen ist, Rionaldo? Was passiert denn dann? Sollen sie das dann auch machen? Sperren die Luft, werfen, schnipsen und haben sie Brot oder was? Warte! Wie gesagt, seine Ansichten kann ich alle irgendwie... Also fast alle kann ich so vertreten und so, auch wenn er nervig ist, aber seine Ansichten sind allesamt zumindest sehr human und sehr nachvollziehbar. Das finde ich so klasse. Also wie gesagt, Rionaldo ist jetzt nicht einer, den ich als großen Sympathisant irgendwie habe, weil, keine Ahnung, er nervt halt eben ziemlich. Und wie gesagt, der ist halt viel zu fröhlich und der hat so eine ganz tuntelige Art und so, ist nicht meins und deswegen sage ich halt so, dass Rionaldo eigentlich eher so ein nerviger Charakter ist und so, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also wirklich ganz ehrlich bin, seine Ansichten allesamt zumindest, die sind alle wahr. Die sind wirklich alle wahr. Zumindest jetzt bisher war das halt eben so. Er versucht halt irgendwie immer das Beste für alle. So, das muss man ihm herlassen. Ihr seid zurück und versett dazu. Ach du liebe Güte, meinen Rucksack habt ihr wahrscheinlich nicht zurückbekommen, oder? Ähm, äh, ja. Also doch, habe ich. Hier bitte, das ist dein Rucksack. Mit den Blumen. Oh, danke. Sie sind noch in einem Stück. Jetzt kann ich zu Hause mit meiner Mutter mit meinem Kopf hochgekommen. Danke, Herr Sylvango. Oh, hier. Es ist nicht viel, aber ich will, dass ich diese haben muss. Oh, Petsu, darling. Was auch immer sie sind, ich bin sicher, dass sie wunderbar sind. Das ist jetzt so, dass er mir eine Leiche geschenkt hat. Was? Was? Das ist jetzt so, dass er mir eine Leiche geschenkt hat. Das ist jetzt so, dass er mir eine Leiche geschenkt hat. Oh, ich bin besser als gut, darling. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Mein Ziel in der Leben. Mein... Ich kann es nicht so, dass er mir eine Leiche geschenkt hat. Lass die erst mal reden, Fred. Alles gut. Mal gucken, was die wollen. Was? Was willst du? Was? Ich soll jetzt mit kleinen Kindern durch die Gegend ziehen. Das ist sehr einladend. Ach so, das ist uns egal. Okay. Drei neue Freunde schließen sich Ronaldis fröhlicher Truppe an. Ach seht ihr mal, wie süß ist das denn? Als Glück würde es haben, habe ich euch alle ein Willkongift bekommen. Hier, take one each now. Don't be greedy. Was? 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 Und warum hat Fred auch so was? Ja, genau. Was ist das? Was ist das? Das ist genau das, was ich meine, dass Ronaldo einfach viel zu optimistisch ist und viel zu glücklich so. Oh nein. Oh nein, wo bin ich hier gelandet? Nein. Nein, bitte nicht. Wo bin ich hier? Was ist das? Lass mich raus. Wo bin ich hier gelandet? Na gut, sollen wir von hier verduften und jemand anderes finden, den wir unter die Armee greifen? Armee? Armee. Die wir unter die Arme greifen können. Könnt bestimmt nicht schaden, wenn wir uns mal in der Laguna die Gondoli umschauen würden. Okay, dann schauen wir uns mal in der Laguna die Gondoli um. Mal, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Jetzt sind wir in irgendein, jetzt sind wir in irgendein so ein Kinderzirkus. Das ist ja hier, meine Güte. Wir haben gerade mitgemacht, wie der Welpenbaum Yggdrasil abgestürzt wurde. Wie wir anscheinend, der Lichtbringer, getötet wurden. Was weiß ich. Uns wurde ja mehr oder weniger die Lebensessenz aus unserem Herzen gezogen, gerissen. Und jetzt laufen wir mit so einer Parade hier durch die Gegend oder was? Mit so einer Kinderparade. Ja, aber natürlich doch. Laguna die Gondolia. Jetzt müssen wir halt nach Leuten suchen. Ich glaube, sowas wie... Genau, Riemann hat keine Zauberungsfähigkeit zur Benutzung außerhalb von Kämpfen gelernt. Ach, der arme. Äh, Ausrüstung. Ich habe auch wirklich mit keinen Ausrüstung... Guck mal, wie die... Guck mal. Was ist das denn? Guck mal, mein Fanclub. Hey, Sommerfried, wo ist denn dein Stab? Wo ist deine Sonne? Meine Güte, ey. Wo auch immer wir hier gelandet sind. Was heißt überhaupt? Reise über Galopolis nach Onsen und greife unterwegs jedem unter die Arme, der Hilfe benötigt. Also, okay, wir sollen uns jetzt wirklich nach Onsen bewegen. Habe ich das richtig verstanden? Wie kommen wir nochmal nach Onsen? War das über das Umland von Galopolis? Muss ja. Klar, reise über Galopolis nach Onsen. Ja klar, weil sonst ist Krotter de la Fonte. Aber da müssen wir halt eben dann eben nicht hin. Aber cool, auch mal wieder hier zurück zu sein. Muss ich auch sagen, weil ich mag sowas. Also, so ein Backtracking macht wirklich Spaß. Sowas finde ich extrem genial. Denn, da habe ich auch so ein bisschen mal im Privat mit jemandem, der hier... Oh, die Schatzkisten sind wieder da. Was? Wie kann das denn angehen? Hä? Okay. Gut. Äh. Ja, nehme ich so mit, ne? Wow! Boah, hat er mich erschrocken. Puh. Woher kommt ihr denn auf einmal? Die kämpfen mit. Die kämpfen mit. Danke für die Multi-Verlangsamung. Das habe ich jetzt gebraucht. Dankeschön. Alter, wie viel Schaden machen die denn? Gut, dass wir eine Pie-Char und direkt beide erwischen können. Wie viel Schaden die denn bitte machen? What the fuck? Was die auch aushalten? Jetzt werfen die halt so ein Fischernetz und so. Ich hoffe, die sterben jetzt hier gleich weg. Weil ich meine, das kann ja passieren, dass die mir jetzt hier gleich wegsterben. Das will ich jetzt mal auch gar nicht irgendwie verleihen oder so. Das kann ja passieren. Hallo, der ist jetzt auch verseucht hier oder was? Ja, schön, dass du dich amüsieren kannst da. Okay, einer ist tot. Immerhin. Fred, bitte Dropkick, bitte Triff. Ja, 129 Schaden. Das finde ich ja interessant. Nee, aber ich habe mich mal im Privaten mit einem... Wow! Boah! Nee, weg! Ach Gott. Ich habe mich im Privaten mit einer Person unterhalten, die auch das Projekt erleben schaut. Und mit dieser Person habe ich auch darüber geschrieben, was so Städte beispielsweise angeht. Weil es gibt ja so eine Stadt, Lamentär beispielsweise, die auch, wo die Person auch gesagt hat, so von wegen, dass diese Stadt mehr oder weniger vielleicht sogar unnötig ist. Weil irgendwie gibt es bei manchen Städten einfach nicht so wirklich dieses Story, diese Story-Relevanz, sag ich jetzt mal. Klar, du bist in jeder Stadt gewesen, weil es irgendeine Relevanz natürlich hatte, aber es gibt welche, die sehen einfach irgendwie komisch aus, haben nicht so wirklich irgendwie... Die waren ziemlich pointless, weißt du, wo man sich halt eben so denkt, so okay, wäre die Story nicht gewesen dieser Stadt, wäre diese Stadt... Also, ne, dann wäre diese Stadt komplett nicht gewesen. Oder man hätte diese Story über diese Stadt auch einfach, ähm, weiß nicht, liegen lassen können. Ist das der richtige Begriff? Ist das der richtige Begriff? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Ähm, lass mal kurz meine Worte finden. Ähm, es gibt Städte, wo man sich dann denkt, die Story hätte man auch einfach beiseite legen können und es hätte nicht gefehlt im Spiel. So, sagen wir es nämlich einfach mal so. Ja, und das wäre halt zum Beispiel bei Lamentär und so weiter gewesen. Also, darüber hatte ich mich schon so ein bisschen unterhalten gehabt. Aber ich liebe dann so ein Backtracking, weil so ist Gondolia, Galoppolis und so weiter auch wieder... Hat auch wieder einen größeren, tieferen Sinn und so und das finde ich einfach klasse. Danke, grüß, werter Reisende. Ich bin ein Wanderpriester. Als Yggdrasil herabstürzte, beschloss ich, durch Adria zu ziehen und den Bedürftigen Trost zu spenden. Leider sind ihm Möglichkeiten des einzelnen Grenzen gesetzt. Auf jeden Menschen, dem ich helfen kann, kommen zehn, bei denen ich scheitere. Ihr Wehklagen geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es bringt mich um den Schlaf. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt geschlafen habe. Ich bin so... Müde. Ich fürchte... Ich fürchte, ich werde meine Mission nicht fortsetzen können. Halt sich doch. Entschuldigung. Kleine. Gab mir meine Mutter einen Becher warme Milch zum Einschlafen. Das half jedes Mal. Bestimmt würde es immer noch funktionieren, aber leider ist die Sache nicht so einfach. Wisst ihr, die Milch, die meine Mutter mir gab, war... Keine gewöhnliche Milch. Oh nein. Sie sagte, es müsste Milch von einer sprechenden Kuh sein. Wie der Zufall, so will Graschen eine sprechende Kuh. Oh, leider haben die schlimmen Ereignisse in letzter Zeit ihr ziemlich aufs Gemüt geschlagen und sie gibt keine Milch mehr. Warte, ich habe eine Idee. Ihr seid doch Unterhaltungskünstler vom Beruf, nicht wahr? Meint ihr, ihr könntet die Kuh vielleicht mit euren Künsten aufheitern? Ja, natürlich. Überlasst das ruhig uns, mein Lieber. Wir werden der Kuh im Hand und Drehlechen aufs Gesicht zaubern. Sie wird literweise Milch geben, ehe er es euch versieht. Oh, danke. Hab vielen Dank. Ihr solltet von hier aus in westlicher Richtung rasen. Viel Glück. Okay, dann werden wir das nochmal machen. Ich meine, ich bin ja gerade an der vorbeigelaufen, an der Kuh. Also von daher, ja warum nicht? Wenn wir helfen können, unser Plan war es ja sowieso anderen Leuten etwas Gutes zu tun. Muu, ich bin ja so motiviert. Ich kann das Wetter nicht mehr vorhersagen. Und mein Euter ist auch versiegt. Hey, Rio, meine Oma hatte früher eine Kuh. Wenn ihr mal wieder eine Laus über die Leber gelaufen war, haben wir ihr einfach ein Lied vorgesungen und dazu getanzt. Danach war sie gleich munterer. Wäre doch gelacht, wenn das bei dieser Kuh hier nicht genauso funktionieren wird. Ein Versuch wäre es doch wert, oder? Ja, warum denn nicht? Versuchen die Kuh aufzuhalten? Ja, halt dann. Ja, natürlich. Singen und tanzen, das lässt sich einrichten. Wir werden dieser liebreizenden Rinderdabe eine Vorstellung geben, die sie so schnell nicht mehr vergisst. Ach, bitte lass mich nicht singen. Bitte lass mich nicht singen. Nein, 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 ich will nicht. Los, Jungs, geben wir unser Bestes. Jippie. Rinaldo und Co. legen sich ins Zeug, um die arme, traurige Kuh mit einer spektakulären Schau aufzumuntern. Muuu, mir geht's schon besser. Die dunklen Wolken lichten sich, die Aussichten sind Euter. Danke, meine Freunde, das war richtig rührend. Ihr habt mir neuen Mut gespendet. Hier, nehmt dies zum Dank, Muuu. Schön, wir haben jetzt einen Kübel frische Milch bekommen. Und ich bin mit ziemlicher, meine Nachbarn halten mich jetzt alle für verrückt, weil ich hier so rummuhe, wie so ein Irrer. So ein Dusel. Das ist die Milch, von der er dem Priester erzählt hat, der nicht einschlafen konnte. Bringt wir sie ihm gleich, damit er wieder einen ordentlichen Schluck davon nehmen kann, hä? Ja, lass uns das mal machen. Jeden Tag eine gute Tat, sagt man immer so schön. Von daher, komm her, mein Liebster. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr versuchen könntet, mir etwas Milch von der sprechenden Kuh zu bringen, die ich unweit von dir gesehen habe. Hier, bitteschön, ich hab's gefunden. Oh, du meine Güte, das ist die gleiche Milch, die meine Mutter mir früher gegeben hat. Ich kann's gar nicht glauben. Danke, vielen, vielen Dank. Nachdem ich davon getrunken habe, kann ich bestimmt endlich wieder eine Mütze Schlaf nehmen. Aber tue ich wirklich das Richtige? Ich meine, es gibt doch noch so viele Menschen, die mir Hilfe brauchen. Mein Lieber, ich bitte euch, geht doch nicht so hart mit euch selbst ins Gericht. Bevor ihr anderen Leuten helfen könnt, müsst ihr euch um euer eigenes Wohlergehen kümmern. Im Halbschlaf wird niemanden nützen. Ja, ihr habt recht. Mich, für all die Dinge, an denen ich gescheitert bin, schuldig zu fühlen, wird mich nicht weiterbringen. Und damit ist auch niemandem geholfen. Sag mal, was passiert jetzt hier in dieser... Das ist die Episode der Moral. Das ist die Episode der Moral, ehrlich. Ich schätze, tief im Inneren habe ich das von Anfang an gewusst. Aber jetzt ist es mir klar geworden, das ist allein euer Verdienst. Ihr habt meinen aufrichtigen Dank. Ach, mein Lieber, das war doch kaum der Rede wert. Nur zu, nehmt einen kräftigen Schluck Milch, damit ihr einschlafen könnt. Wir halten Wache, also sorgt euch nicht wegen der Monster. Ronaldo und Kuro wachen über ihren Freund, der sogleich in einen tiefen, friedvollen Schlaf sinkt. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Oh, wie süß. Und wir haben uns darum gekümmert, dass kein Monster angreift. Das ist ja... Das ist wirklich wie der Herz aller Liebst. So gut, habe ich seit Jahren nicht mehr geschlafen. Gute Güte, ich könnte Bäume ausreißen. Außerdem habe ich eine Entscheidung getroffen. Mir ist klar geworden, dass ich viel mehr Leuten helfen kann, wenn ich mich euch anschließe. Schließlich sind die Möglichkeiten des einzelnen Grenzen gesetzt. Also, was meint ihr? Seid ihr damit einverstanden, dass ich euch begleite? Ja, her damit! Ich brauche irgendwann mehr Leute in meiner Parade. Natürlich. Natürlich, Herzchen. Wir haben schließlich dasselbe Ziel, Menschen zu helfen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Es wird herrlich werden. Da bin ich mir sicher. Ein neues Mitglied schließlich Reonaldos fröhlicher Truppe an. Genial. Jetzt haben wir nämlich auch noch einen Priester bei uns. Und der kann nämlich jetzt so diesen Sonnenstab tragen, den Fred nicht tragen möchte. Er trägt tatsächlich diesen Sonnenstab, den Fred nicht tragen möchte. Wie genial ist das denn gemacht? Oh, wie schön. Ja, aber sowas erfreut mich dann aber auch mal wieder, muss ich sagen. Sowas finde ich dann aber auch wieder extrem klasse. Also, weil... Es hat halt sowas... Es hat halt irgendwie was komisches, weil ich immer noch nicht so ganz verstehe, warum machen wir das jetzt gar nicht so durch? Es ist halt so random. Ich finde, das ist so unfassbar random, dass wir das jetzt hier gerade alle durchmachen und so. Reonaldos Geschichte sozusagen. Aber irgendwie finde ich es auch wieder süß und lustig irgendwie. Es ist ein nettes Gimmick so nebenbei. Ich finde das einfach irgendwie klasse gemacht. Straße nach Galopolis, jawohl. Schlafen müssen wir ja nicht so unbedingt. Vor allem... Ich kann auch verstehen, warum dieser Priester die ganze Zeit so müde ist und so. Ich meine, schaut euch das mal an, wie bedrückend hier so... Ja, weiß ich nicht, wie bedrückend das hier alles ist. Auch von der Stimmung her. Allein schon so vom... Guck mal, die Sonne bricht gar nicht an den Wolken vorbei. Es ist halt so alles in diesem trüsteren Stil alles angehaucht. Und da, ich denke mal, kann keiner so wirklich ein Auge aufhalten. Da muss jeder irgendwie mit seinem Biorhythmus da irgendwie kämpfen, dass er irgendwie nicht einschläft oder sowas. Von daher, ich verstehe schon, warum der Priester da kurz vorm Schlafen war. Beziehungsweise dann auch mehr oder weniger am Halbschlaf stand. Umland von Galopolis. Ah, jetzt sind wir in der Wüste da. Genau, ich erinnere mich. Trabantensande und so weiter. Genau, jetzt sind wir halt eben hier wieder angekommen. Oh. Und dann geht es wieder zurück nach Galopolis. Vor allem ist es jetzt auch... Oh, stimmt. Das ist total krass zu sehen, was aus Prinz Fares und so geworden ist, oder? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Hallo. Bei den Sandenbesucher sind in unserem Königreich seit Ytrasil Sturz ein seltener Anblick. Wie lange ist das denn schon her? Ja, wie lange ist das denn schon her? Ronaldo sagte auch schon auf dem Schiff, äh, jener Tag und so. Ihr seid offensichtlich aus härterem Holz geschnitzt als die meisten. Die Stadt Galopolis liegt direkt geradeaus. Müde Reisende sind dort stets willkommen. Leider müsst ihr euch, äh, müsst ihr erst die Wüste durchqueren, bevor ihr in den Genuss ihrer Gastfreundschaft kommen könnt. Und hier ist dann auch der Tickling eigentlich. Woher war das hier? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ach, du grüne Neue. Ihr seid es nicht, wa? Der, der große Ronaldo? Ganz recht, mein Lieber. Und wer seid ihr, ha? Oh, ich bin ein Niemand vorerst. Aber ich habe mich gerade dem Zirkus von Galopolis angeschlossen. Oh, die anderen werden Augen machen, wenn ich ihnen das erzähle. Es ist so eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Euretwegen habe ich mich für diesen Beruf entschieden. Wisst ihr, als ich euch in Aktion sah, wurde mir sofort klar, wer ich sein möchte. Ich bin weggelaufen und habe mich dem Zirkus angeschlossen. Ach, hört schon auf. Ich werde ganz verlegen, Süßer. Aber Moment mal, wenn ihr beim Zirkus von Galopolis seid, was macht ihr dann hier so weit weg? Naja, kurz gesagt, der Zirkus löst sich auf. Bei all dem Elend auf der Welt will uns niemand beim Herumalbern zu sehen. Aber bevor wir dicht machen, gibt es noch eine Vorstellung. Ein grandioses Finale. Und so wie ich Reonaldo kenne, wird er natürlich an diesem Finale teilnehmen wollen. Ist doch ganz klar. Das Problem daran ist, dass wir nicht genug Leute haben, um das Programm durchzuziehen, um diesen, das dem Zirkusdirektor vorschwebt. Und deswegen muss jetzt Reonaldo mit seiner fröhlichen Truppe hinkommen, wa? Und darum bin ich hier unterwegs, auf der Suche nach jemandem, der noch Bühnenluft schnuppern möchte, bevor es zu spät ist. Leider scheinen es nicht viele Interessenten zu geben. Also ich schätze ja an schon, wie meine nächste Frage lauten wird. Wärt ihr bereit, mit uns gemeinsam eine letzte Vorstellung zu geben? Natürlich. Reonaldo ist dafür geboren, im Zirkus aufzutreten. Er ist der geborene Entertainer. Absolut, mein Liebster. Oh, vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Wenn der große Reonaldo auf dem Programm steht, kann es ja nur ein unvergesslicher Abend werden. Ach, aber selbst wenn ihr mit von der Partie seid, fehlen uns immer noch ein paar Artisten. Ihr könntet uns nicht zufällig bei der Suche nach zwei weiteren Leuten helfen, die Willenswehren mitzumachen. Die Wüste könnt ihr dabei aber auslassen. Hierher zu kommen, war eine bescheuerte Idee von mir. Ich hätte den Straßvorgalopolis suchen sollen. Dort gibt es Talente zuhauf. Und mit eurem Ruf, ganz zu schweigen von euren Überregelungskünsten, werden die Kandidaten Schlange stehen. Na gut, ich sollte lieber zum Zirkus zurückgehen und mich fertig machen. Schaut einfach bei mir vorbei, wenn ihr Fragen habt oder wissen wollt, wo ihr geeignete Leute finden könnt. Viel Glück und danke nochmal für eure Hilfe. Ich habe das Gefühl, wir werden noch viele Folgen mit Reonaldo hier durch die Gegend laufen. Das ist, äh, ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht so ganz genau. Wenn ihr in die Richtung Galopolis wollt, müsst ihr die Wüste in östlicher Richtung durchqueren. Ihr werdet die Stadt schon vor Weitem sehen. Also keine Sorge, dass ihr daran vorbeilaufen könntet. Sorgt euch lieber wegen der Monster, den ihr auf dem Weg begegnen werdet. Sind die eigentlich stärker alle geworden, nachdem Yggdrasi gestürzt ist? Ich glaube nämlich, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich meine, das sollten alle hier dieselben Gegner sein, aber ich glaube, die sind alle stärker geworden. Auch vorhin die Gegner, die sich da ja bekämpft hat und so, die kamen mir alle so, so viel stärker vor. Die haben viel mehr ausgehalten, weil, man darf auch nicht vergessen, dass Reonaldo immer in Level 32 halt eben ist. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das alles noch dieselbe Stärke der Gegner hier ist. Seid gegrüßt, Wetterherr. Ihr wundert euch vielleicht, was einen Baden hier verschlagen haben könnte. Nun, ich bin ausgezogen, um die Welt mithilfe meiner Rhythmen und Reime zu inspirieren. Leider musste ich feststellen, dass sich über Musikgeschmack sehr wohl streiten lässt. Neulich war ich gezwungen, vor ein paar Tanzen in Monstern aufzutreten, die überhaupt nichts von meiner Kunst hielten. Hä? Wo sich das ereignet hat? Oh, das war südlich von Galopolis. Eine Gegend, in die mich übrigens keine zehn Pferde mehr bringen. Solltet ihr euch je dorthin wagen, dann nehmt euch in Acht von den Monstern. Ja, das sollten wir dann wohl. Ich würde aber eben ganz kurz hier nochmal kampieren. Nicht, weil wir unbedingt alle so kaputt sind, aber einfach, weil, ja, wir vielleicht, doch, wir sollten uns alle mal ausruhen. Vielleicht nochmal was essen, wie ich das ja gerade nochmal im Hintergrund sehe und so weiter, wobei der eine besäuft sich da und so. Von daher, bis zum Tageseinbruch, einmal bitte kurz eine Rast einlegen, damit wir dann halt eben mit neuen, frischen Kräften uns auf den Weg nach Galopolis machen können. Es kann ja nicht schaden. Sagen wir es mal so. Es kann ja nicht schaden. Da vorne sehen wir auch schon wieder die Stadt. Da vorne ist dieser, oh ja, der Vulkan. Erinnert mich noch daran, als beim Vulkan da vorne war. Ich glaube, da haben wir das alle erst mal einen Riesen getroffen. Oder was war das nochmal für ein Vieh? Auf jeden Fall irgendein so ein Monstervieh. Oder ein Bär. War es nicht ein Bär sogar? Haben wir da ja getroffen. Da ging es ja nicht weiter für uns. Und da habe ich ja gesagt gehabt, dass wir irgendwann safe call zum Vulkan kommen würden. Ob wir das jetzt vielleicht tun werden mit Rionaldo? Wir werden es sehen. Oh, ich bin schon sehr gespannt. Weil der Vulkan, wie gesagt, der ging es ja weiter. Da war auch irgendwie so eine Tür oder sowas, die sich nicht öffnen ließ und so. Und da würde ich natürlich irgendwann gerne mal rein. Hallihallo, Galopolis. Lange waren wir schon nicht mehr hier. Rionaldo müsste hier gerne hinkommen. Zirkus plus das Pferderennen, was er gewonnen hatte gegen uns. Ich glaube, der kommt hier extrem gerne her. Das muss man ihm schon lassen. Hallo, Galopolis. Wie geht es dir? Oh, die Stimmung ist... Oh, die Stimmung ist gar nicht gut. Oh, nein. Weil ich, wie gesagt, auch gerne sehen würde, wie es halt zu Prinz Fares geht. Willkommen in Galopolis, Reisende, und danke für euren Besuch. Dieser Tage wagen sich nicht mehr viele Menschen durch die Wüste zu uns. Darüber hinaus hat unser erhabener Sultan allen Galopolitanen verboten, ihre Häuser zu verlassen, von Notfällen abgesehen. Das ist einfach Corona 2.0. Was ist denn hier los? Es ist also kein Wunder, dass die Straßen die Art verwaist sind. Und als wäre das noch nicht genug, habe ich eben gehört, dass der Zirkus deine letzte Vorstellung vorbereitet. Jeden Tag gibt es weniger, worauf man sich freuen kann. Wenn sogar die Wachen auf einmal mit so vielen Gefühlen kommen und so, dann weißt du, dass die Kacke wirklich richtig am Dampfen ist. Das erinnert mich sehr an Harald Lesch momentan, der auch über Corona spricht und wie ernst das Ganze ist. Und wenn du weißt, dass Harald Lesch über... äh, dass Harald Lesch wirklich ernst ist, dann ist es wirklich ernst. Hä? Ihr wollt, dass ich im Zirkus auftrete? Bei den Sanden? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für alberne Scherze. Versteht ihr nicht? Wir sind dem Untergang geweiht. Der Zirkus wird uns nicht retten. Niemand möchte mehr beim Zirkus machen. Nichts ist in Ordnung auf der Straße von Galopolis. Wahrscheinlich ist ja auch alles voll mit Kriminellen und so. Harte Zeiten hier momentan. Die Wachen haben in letzter Zeit eine ganz schön kurze Lunte. Ja, natürlich. Die sind alle halt auf 180 Euro wahrscheinlich. Das kleinste, was passiert, reicht ja schon aus. Damit die Bombe explodiert. Einer der Forscher, die ins Schloss gerufen wurden, ist ein Freund von mir. Er hat mir geraten, unverzüglich Vorbereitungen zu treffen, um aus Galopolis zu fliehen. Ihr findet es vielleicht feige, dass ich meine Stadt in der Stunde der Not ihrem Schicksal überlasse, aber meine Familie geht eben vor. Um ihrer Sicherheit willen verliere ich gern all meinen Besitz. Oh. Oh Mann. Kann es wirklich sicher sein, die Stadt zu verlassen? Nein, es ist absolut wahrscheinlich gar nicht. Ihr habt hier euer Hab und Gut. Ihr habt hier eure... Ihr habt sogar Kinder. Ihr habt sogar Kinder. Und erstmal beklaue ich euch einfach so frech, wie ich bin. Wobei, hier sind wahrscheinlich gar keine Items mehr, wa? Ne, überhaupt nichts mehr. Ihr habt sogar Kinder. Was? Ihr wollt, dass ich weglaufe und mich dem Zirkus anschließe? Tut mir leid, aber meine Karriere steht schon fest. Ich werde mal Prinzessin. Okay. Mutter und Vater spielen gar nicht mehr mit mir. Immer führen sie Erwachsenengespräche. Das ist ungerecht. Ja, die ganze Welt ist nicht mehr so fröhlich, wie wir sie mal kennen. Als wir nämlich hier waren in Galopolis und so, da waren die Menschen noch alle froh. Waren die Menschen alle noch so gut drauf und so. Und jetzt seht ihr ja, was hier los ist. Von drinnen hört man leise Stimmen. Es klingt, als hätten die Menschen Angst nach draußen zu gehen. Es ist halt wirklich wie Corona momentan im Real Life. Niemand traut sie mehr raus. Die Regierung sagt, hey, ihr alle sollt... Arriba! Ihr sollt drin bleiben. Die Schatztruhe ist... Anscheinend ja schon. Kommen wir hier rein vielleicht? Nein, da kommen wir auch nicht rein. Eine ganz trostlose Gegend. Guck mal, einer! Oh, guck mal hier! Wie kann ich sie nur wieder zum Lächeln bringen? Mein Trommelspiel scheint nichts auszurichten. Dieser junge Mann wirkt talentiert. Ihnen dazu einladen, bei der Zirkusvorstellung mitzuwirken. Jawohl, bitte sehr. Ronaldo lädt den Trommler ein, beim Zirkus mitzumachen. Was? Zum Zirkus gehen? Ich? Also, ich habe ja schon immer davon geträumt, an der Seite des großen Ronaldo aufzutreten, aber im Moment habe ich leider keine Zeit, euch zu helfen. Es ist wegen meiner besten Freundin, müsst ihr wissen. Seit dem Sturz Yggdrasilz ist hier nicht das kleinste Lächeln über die Lippen gehuscht. Ein schöner Trommeltakt würde ihre Laune bestimmt heben, aber ich habe nicht den richtigen Rhythmus gefunden. Daher muss ich... Weiß ich jetzt gerade nicht, was er gesagt hat. Ihr trommelt euch also die Finger und um eurer Freundin ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ihr seid schwer in Ordnung, mein Lieber. Ich könnte euch hier helfen, aber eine Hand wäscht die andere. Wenn wir es schaffen, eure Freunde wieder zum Grinsen zu bringen, schließt ihr euch den Zirkus an. Wirklich? Ihr werdet mir helfen? Das ist ja wirklich großartig. Wenn ihr dafür sorgen könnt, dass meine Freundin wieder lächelt, werde ich gern mit euch kommen. Meine Freundin ist nicht schwer zu finden. Sie ist kaum zu übersehen mit ihrem zierlichen Bau, ihrer graziösen Haltung und ihren langen, klimpernden Wimpern. Das letzte Mal bin ich hier im Nordwesten der Stadt über den Weg gelaufen. Hoffentlich findet ihr einen Weg, sie ein bisschen aufzuheitern. Bist du die Freundin von ihm? Ja, weil im Nordwesten hat er gesagt, ne? Im Nordwesten, also über den Stallungen. Na, dann wollen wir uns da mal hinbegeben. Kommen wir hier vielleicht rein. Die Tür rührt sich nicht. Nein, die Leute trauen sich alle nicht raus mehr. Bist du die Freundin von dem Mann? Als ich von Yggdrasil stürzte, wurde mir klar, dass die Welt untergeht. Also habe ich all meine Ersparnisse zusammengekratzt, um sie zu verzocken. Leider wurde die Rennbahn geschlossen. Wie es aussieht, muss ich den Rest meiner Tage ohne einen Funken Freude am Leben verbringen. Oh, das zerreißt mir wieder das Herz. Ein alter Opi und so in Trauer. Das zerreißt mir wirklich das Herz. Das ist schon krass. Oh Mann. Vor allem die alten Menschen, die sollen doch alle glücklich sein. Du bist doch wahrscheinlich die Freundin, oder? Was? Der Trommelspieler macht sich Sorgen um mich und will mich zum Lächeln bringen? Das muss ein Irrtum sein. Wir sind kaum miteinander bekannt. Wahrscheinlich meint er Margarita. Er ist ganz besessen von dem Pferd. Was? Von... Was? Also... Dich. Warte mal. Was ist denn hier los? Das ist Margarita, Ronaldos treues Pferd. Sie sieht schrecklich traurig aus, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Margarita, Schätzchen. Schlägt in dieser furchtbare Finsternis, die die Welt verschlungen hat, etwa auch aufs Gemüt. Och, es bricht mir das Herz, dich so leiden zu sehen. Moment mal. Zierlicher Bau? Graziöse Haltung in lange klimpernde Wimpern? Aber natürlich, der Trommelspieler muss Margarita gemeint haben. Oh, hallo, Reonaldo. Ah ja. Ich bin nur hergekommen, um nach meiner Freundin zu sehen. Dass ich euch dabei über den Weg laufen würde, hätte ich nicht gedacht. Herzchen, mir war ja gar nicht klar, um wen es euch ging. Das ist Margarita. Meine Margarita, Schätzchen. Was? Margarita gehört euch? Na, das erklärt dann wohl, warum sie so ein fabelhaftes Tier ist. Das ist sie. Aber ihr habt recht. Es scheint ihr nicht gut zu gehen. Keine Sorge. Ich weiß, was helfen könnte. Sie sieht mir immer gern beim Tanzen zu. Gebt mir den Takt vor. Gebt ihr den Takt vor, mein Lieber. Ich erledige den Rest. Nun, ich kann es versuchen, aber ich muss euch warnen. Mein Trommelspiel hat bisher keine Wirkung gezeigt. Ich glaube, ich mache etwas falsch. Oh, Herzchen. Mit eurem Trommelspiel ist alles in bester Ordnung. Es fehlt bestimmt nur die visuelle Komponente. Und dafür bin ich zuständig. Oh nein. Ihr helft doch auch mit, Jungs, oder? Zeigen wir uns von unserer besten Seite und zaubern wir wieder ein Lächeln auf Margaritas langes Gesicht. Alles klar, Rio. Oh Gott. Was geht denn jetzt? Ronaldo und seine besten Freunde legen eine heiße Sohle aufs Parkett. Ja, das sieht man ja richtig. Alter, eine heiße Sohle. Okay, das muss ich jetzt nicht nachmachen. Margarita ist von der Darbietung völlig hin und weg. Oh, seht nur, wie sie sich freut, Ronaldo. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es wirklich geschafft. Nein, wir haben es geschafft. Das war Teamarbeit, mein Lieber. Und jetzt, wo Margarita wieder lächelt, könnten wir euer Talent beim Zirkusguck brauchen. Was meint ihr dazu? Wenn ihr wirklich glaubt, dass mein Trommelspiel etwas bewirken kann, dann helfe ich gerne. Der Trommler erklärt sich bereit dazu, im Zirkus aufzutreten. Jawohl. Übrigens, es sieht ganz so aus, als wollte Margarita euch etwas dafür schenken, dass ihr sie wieder zum Lächeln gebracht habt. Gute Güte, das ist mal ein Aroma. Einmal ein Häufchen Pferdeäpfel. Ach, wie schön. Ob man daraus auch was schmieden kann und so. Hallo, meine liebste Margarita. Äh, hallo, meine liebste Margarita. Ich werde wiederkommen. Die Tür rührt sich nicht. Natürlich, was anderes habe ich auch nicht erwartet. Was ist denn hier? Können wir hier durch? Das ist der Eingang der Zuschauertribünen. Da zurzeit keine Rennen stattfinden, kann ich euch nicht durchlassen. Oh, äh, ihr seid es. Ich habe euren kleinen Auftritt gesehen. Das war herrlich. Wegen meiner Arbeitszeiten werde ich es wahrscheinlich nie in eine Zirkusvorstellung schaffen. Also, das war etwas ganz Besonderes, den großen Reunaldunaktion zu erleben. Oh, das ist natürlich auch cool. Hallo, kann ich hier bitte durch? Dankeschön. Das ist ja auch ziemlich cool. Er kann uns sowieso nie sehen und so weiter. Deswegen kommt ihn mit dieser kleinen Show so ein bisschen aufweitern. Das hat doch auch was Schönes. Der Muchacho von der Kirche ist einer der besten Trommelspieler in ganz Galopolis, Senior. Ay, aber seit Igrasin stürzt ist er kaum wieder zu erkennen. Er übt ganz ein bisschen, um seinen Rhythmus zu finden, mit dem er seinem Lieblingsfeld eine Freude machen kann. Aber ich glaube, es läuft nicht gut. Ich glaube, mit dieser Person habe ich jetzt gerade eben schon gesprochen. Ich glaube, wir haben dafür gesorgt, dass er wieder ein bisschen glücklicher ist. Es ist una gran tragedia, Senior. Der Sturz Igrasin hat viele Leute schwer zugesetzt. Sie sind nur noch Schatten ihrer selbst. Das fällt mir auch schon gut auf hier. Alle Leute sind so vom Trübsal geplagt und so und das ist einfach sehr schade mit anzusehen. Ach, guck mal hier. Ach, aber wir können ja... Ach ja, stimmt. Wir haben das ja schon mal geöffnet. Vielleicht finden wir ja noch mal was drin in diesen Vasen. Weil das mag ich zu bezweifeln. Auch bei den anderen Vasen haben wir natürlich nichts mehr gefunden, weil wir die ja schon mal zerstört hatten. Und ich glaube, nur das Respawn spawnt nicht auch direkt die Items neu, leider. Dann gebe ich jetzt hier ein hochtalentierter Vasager in dieser Schenke auf. Also bin ich aus der Zirkusprobe davon geschlechen, um ihn mir anzusehen. Jetzt bin ich aber verwirrt. Jonglieren, denn Vasager generell... Oh ja, tatsächlich. Er sieht mir mehr wie ein Kollege vom Zirkus aus. Kann er wirklich in die Zukunft blicken? Der Vasager in dieser Schenke ist einfach unglaublich. Er wusste, dass ich Tänzerin bin. Doch bevor ich überhaupt was gesagt hatte, lasst euch von der Jonglier-Fassade nicht täuschen. Der Typ hat einfach ein drittes Auge. Der Vasager hat die Leute scharenweise in die Schenke gelockt. Wäre er nicht gewesen, hätte ich den Laden womöglich dicht machen müssen. Yggdrasils Sturz hat die Leute nämlich derart in Angst versetzt, dass sich viele nicht mehr aus dem Haus trauen. Ein Albtraum für jeden wird. Es war mal mein Glück, dass er hier aufgetaucht ist. Hallo? Seid gegrüßt, Fremder. Ich spüre, dass ihr nach jemandem auf der Suche seid. Haha! Versucht gar nichts zu leugnen. Ich weiß alles. Und darüber hinaus kann ich euch helfen zu finden, wen immer ihr auch sucht. Ob einen lang vermissten Bruder oder eine neue Liebe... Eine neue Liebe Hilfe, wollte ich gerade sagen. Oder eine neue Liebe. Meine Kristallkugeln werden euch den Weg weisen. Keine Sorge, ich tue dies nicht wegen des Gelds wegen. Ich dachte nur, dass die Leute vielleicht ein bisschen spirituelle Führung brauchen, nachdem Yggdrasil herabgestürzt ist. Dieser junge Mann wirkt talentiert, ihn dazu einladen. Ja, absolut, bitte. Ihr wollt, dass ich im Zirkus auftrete? Alle Achtung, das ist nicht einmal... Das habe ja nicht mal einmal ich vorher gesehen. Seid ihr euch sicher? Ich meine, ich bin nur ein Wahrsager. Passt das überhaupt ins Programm? Wie wär's damit? Ich lasse meine Kristallkugeln entscheiden. Hört ihr jetzt gut mal zu. Ich werde ganz fest an eine, ein, ein... Warte mal. Ich werde ganz fest an eine, eine einzige dieser wunderbaren Kugeln denken. Die rote, die gelbe oder die blaue. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als euch eine auszusuchen. Wenn ihr die Kugel wählt, an die ich denke, sind wir dazu bestimmt, gemeinsame Sache zu machen und ich werde mich ohne weiteres zögern dem Zirkus anschließen. Seid ihr sowas? Na gut, dann denke ich mir jetzt, denke ich jetzt ganz, ganz fest an eine Kugel. Nicht vergessen, ihr müsst nur erraten, welche es ist. Kugelmein, Kugelfein, welche Farbe könnte es sein? Weiß erst nichts, äh, weiß erst nicht, dreht erst nicht, fressen ihn die Monsterlein. Das Abendsglut, der Flammenlicht, des Feuers warmer Schein, Kugelmein, Kugelfein, welche Farbe fällt euch ein? Alles klar, ich denke jetzt an eine meiner Kristallkugeln. Ihr müsst mir nur noch sagen, an welche. Seid ihr soweit? Okay, ich muss jetzt tief in mir gehen. Ich muss jetzt tief in mir gehen. Blau, gelb oder rot? Ich sage, du denkst an die blaue Kugel. Oh je, ich fürchte, das ist nicht die Kugel, an die ich gedacht habe. Pech gehabt. Tut mir leid, aber es sieht nicht danach aus, dass das Schicksal uns zusammenführt. Zumindest noch nicht. Schaut doch später wieder vorbei und probiert es nochmal. Wisst ihr was? Ich werde das auch tun. Wisst ihr was? Ich weiß, guck mal, was ich jetzt nämlich machen werde. Ich werde jetzt hier nämlich schlafen gehen. Habe ich euch richtig verstanden? Jawohl, möchte ich wirklich acht Goldmünzen. Das ist natürlich ein bisschen Wucher mal wieder, aber ich werde hier mal ganz kurz übernachten und werde jetzt am nächsten Tag wieder zum Jongler hingehen und werde ihn mal wieder fragen nach den Kugeln und dann werde ich ihm genau die richtige Farbe sagen. Denn ich kenne ihn. Das sind so Langfinger. Passt mal auf, okay? Hallo, ihr wollt es immer noch versuchen? Genau, ja, ja, möchte ich. Kugel fein, Kugel meinen, genau. Alles klar, ich denke jetzt an eine Kugel und zwar wird es jetzt die gelbe sein. Du Drecksack. Ich mache es nochmal. Ja, achso, ich brauche gar nicht schlafen. Ich mache es einfach nochmal. Du denkst jetzt an die blaue Kugel. Mann ey, das darf doch nicht wahr sein. Ist es jetzt die rote Kugel? Weil ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur random erleben ist. Wenn ich jetzt die rote Kugel sage und dass es das Richtige ist, dann fühle ich mich ein bisschen verarscht. Die rote Kugel. Seid ihr auch absolut sicher, dass ihr die auswählen wollt? Tja, ihr habt es geschafft. Das ist die richtige Kugel. Sieht aus, als wären wir im Geiste verboten. Verboten vor allem. In diesem Fall stehen euch meine Kristallkugeln und ich zu Diensten. Sagt mir einfach, was ich im Zirkus tun soll und ich werde mein Bestes geben. Der Wahrsager erklärt sich dazu bereit, im Zirkus aufzutreten. Wunderbar. Wir haben jetzt einen weiteren... So, damit haben wir zwei neue Talente für den Zirkus gefunden. Wollen wir rüber zum Zelt und denen Bescheid sagen, dass es geklappt hat? Das können wir machen, aber nicht mehr heute. Meine Damen und Herren, das war heute eine relativ lange Episode im Vergleich zu den letzten Episoden von Dragon Quest 11. Wenn euch diese Episode gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, dann würde mich ein Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns auf in der nächsten Episode und dann mal gucken, was hier noch passiert mit der Geschichte von Leonardo, weil ich finde das immer noch ein bisschen weird. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, warum wir eigentlich jetzt gerade das hier erleben, warum wir jetzt gerade so eine Geschichte von Leonardo hier irgendwie gerade haben, aber es hat schon was Lustiges nebenbei. Wie dem auch sei. Bis auf zur nächsten Episode. Haut rein und tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.